Die Lufthansa Crew Auf Anweisung der Crew ziehen Sie Ihre Weste über den Kopf. Befestigen Sie die Gurte vorn. Ziehen Sie dann die Gurte fest. Unmittelbar bevor Sie das Flugzeug verlassen, ziehen Sie an den roten Griffen, um die Weste aufzublasen. Falls erforderlich, das Magazin nachlesen. Schalten Sie jetzt bitte alle elektronischen Geräte ab und nehmen Sie sie erst mit. Auch Ihr Flugbegleiter gibt Ihnen gerne Auskunft. Bis zum nächsten Mal. Ihr Flugbegleiter soll sich unter der Sitzung in fronten Sie. Bitte festengen Sie die Sitzung und checken Sie dass Ihr Sitzung ist. In der unheimlichste Moment der Loss im Kabin-Präsidenten, die Masken Sie automatisch werden vom Panel über Sie. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018